Zidane ist zurück bei Real Madrid. Zinedine Zidane war nicht nur als Kicker und Trainer durchaus wertvoll für Real Madrid, auch um die Zukunft der Königlichen hat sich der Franzose Gedanken gemacht. Nachdem Enzo und Lucas schon im Kader bei Real Madrid auftauchten, ist nun der dritte Zidane an der Reihe. In der zweiten Mannschaft von Real kommt der 21-jährige Theo Zidane regelmäßig zum Einsatz und durch seine Berufung in den Kader der ersten Mannschaft gegen Neapel hat er es jetzt auch in FC 24 geschafft und könnte euch dort sehr viel Spaß machen. Und das Geile daran, er ist einfach 1,96 Meter groß und wie sein Vater im zentralen und offensiven Mittelfeld zu Hause. Bei einer 64er Gesamtstärke ist der Franzose zwar eher etwas für unterklassige Teams, aber wenn ihr ihn viel spielen lasst, dann könnte er mit 78 Potenzial irgendwann auf hohe 80er Werte kommen. Und kommt schon, wie geil wäre so ein 88er Zidane im zentralen Mittelfeld. Mit 68 Dribbling und 67 Beikontrolle ist er natürlich stark am Ball, aber auch seine physischen Werte stechen etwas hervor. 68 Antritt und 66 Beweglichkeit können mit ein bisschen Geduld schon einen sehr geilen Spieler zaubern. Und ihr dürft nicht vergessen, der Typ ist fast 2 Meter groß.